So Leute, neuer Vlog beginnt, Mann ey, die Kamera ist richtig nah, ich muss jetzt auf jeden Fall Huda abholen, die wartet am Bahnhof auf mich, die wartet jetzt schon ein bisschen länger, und so fährt ein richtiger Türke, pass mal auf, genau so bis zum Ende, jawohl, ich gehe jetzt Huda holen, die ist bestimmt schon sauer, das wird jetzt witzig, wir holen die gemeinsam ab, Leute, bis gleich. Was geht ab, Wander? Hast du lange gewartet? Keine Ahnung. Ich hab TikToks gekocht, war allein die ganze Zeit. Salamu alaikum, rahmatullah, barakatuh, Ewa, hier ist Huda auf jeden Fall wieder am Start. Was sagst du zu diesem Tank? Welcher Tank? Dein Tank. Sie B***, ausgelutscht. Normal. Ich hab Aggressionsprobleme bekommen, so ein bisschen die Migräne in der Bahn, weil das gestorben hat nach Schweiz von Omas. Pultank, stabil? Stabil. Salamu alaikum. Alaikum wa salam, barakatuh. Wo waren Sie so lange? Schon lange war ich nicht da, hab bisschen Probleme gehabt und Termine und so. Manche wollten meinen Platz nehmen, aber keiner kann meinen Platz wegnehmen. Deswegen bin ich wieder da, keiner kann den Platz wegnehmen. Die Leute, die mich hassen und lieben, ich liebe euch trotzdem. Und dein TikTok hast du verloren? Ja. Das ist dein TikTok. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt. Ich will Dürum essen, ihr sehle mich. Huda will Dürum. Magst du Dürum? Ich liebe diese Dürum. Adana. Adana. Der Laden ist auch auf jeden Fall jetzt seit, wie lange? Seit zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen frisch. Jeder, der einmal hier probiert hat, ihr könnt es ja sehen, Huda ist ausgeflippt. Die sagt, warte bitte, ich will diese Dürum. Ja, Mann. Also, mir gefällt, also ich hab mal auch in Hamburg was Dürum gegessen. Es hat auch einfach nicht geschmeckt, so Leute. Aber hier, pervers. Guck mal, ein Adana muss schön rot sein. Sexy, sexy. Babas-Kette. Scharf bist du nicht, okay? Und jetzt ist Babas-Sauce. Bismillah. Heiß. Es ist Ossetien. Bist du morgen bereit, zerstört zu werden? Ja. Leute, wollt ihr das Beste hören? Morgen wird sie trainiert. Ja, ich hab drei Kilo abgenommen. Normal, ich muss was machen. Was willst du trainieren? Ich will Beine trainieren und meine Arme, weil meine Arme sind dünn. Warum Arme und Beine? Weil das sind die richtigen Stellen, die ich gerade richtig, äh, wichtig für die Stelle. Die muss fett werden, jetzt. Ich trage Kleid, alle, man sieht Hinschenbeine, weißt du, ich mein? Ja, okay, ich hab Baba Brusten, meine Hüften sind auch Baba, so. Aber ich brauch ein bisschen so Speck, weißt du, sonst passt nicht Kleid und so. Ihr bist bescheid. Bye-bye, ihr bist das Schmein. Normal. Was macht er da? Der kämpft mit seinen Dschins. Schneller, schneller, komm. Das, was wir jetzt vorhaben, ist richtig cringe. Wie sagt ihr immer, random? Ich weiß nicht, also ich find's richtig cringe, was wir jetzt vorhaben. Wir haben einfach Bock. Guckt's euch mal an. Bruder, hast du Höhenangst? Nein, ich liebe Höhen. Ich spring mit Herz. Wenn ich Probleme hab, Mathe-Probleme oder so. Okay, Leute. Bring mal so ein Formular. Guck mal, ich hoffe, er gibt uns für 15 Euro. 15? Bruder. Bitte, ich hab kein Kindergeld zu holen. Ich schwör auf meine Mutter. Du darfst nicht schreiben. Nein. Gib, ich schreib, ich schreib, ich schreib. Warum kannst du nicht schreiben, Karin? Doch, kann ich schreiben, aber ein bisschen faul. Ey, verpass mich nicht an. Ey, ich geb dir ein Ding. Ich fliege auf den Boden. Lass mich in Ruhe. Nach drei Wochen. Hier ist Gellnhausen und Kasen, das ist Kasen. Es gehört Kasen hier. Oh mal, alle. Meine Stadt Gellnhausen, ihr weiß Bescheid, ja? Du warst ein bisschen so aggressiv unterwegs. Also, ich wollte ein bisschen cool bleiben. Geht nicht, Bruder. Auf jeden Fall, nach zwei, drei Wochen bin ich wieder da. Gerne. Ich liebe euch. Ich hab gedacht, es wäre schöner und so. Warum? Guck mal, nein. Warte mal, gefällt mir das jetzt nicht? Nein. Hä? Nein. Warum? Weil es es hesslich ist. Warum ist es hesslich? Weil es es einfach hesslich ist. Ich lass dich gerade Riesenrad fahren. Mein ganzes Geld ist weg. Ja, danke. Du hast dein Leben, den Frieden hatten wir. Ah, doch, deine ***. Cringe, alle. Jemen, der im Cringe. Hey, schau mal vor, das geht so kaputt. Hör auf. Allah wechselt. Oh, das ist schon gruselig, irgendwie. Sieg an meine Eier rutschen, mein Herz rein. Scheiße, ich hab doch keinen Bock mehr. Hanane, Bacini, ***. Ich hab doch keine Lust mehr. Ich will raus. Guck mal nach oben. Ich will raus. Oh nein, ich guck das so. Was ist denn? Du ***. Hey, bitte, der soll mal fahren, Digga. Ey, wackel mal. Hör auf. Ah. 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 Hör auf, bitte. Mann, da war so ein Schütze, ich bin. Ey, ich kann kaum ran. Hör doch mal auf, du ***. Hör auf. Hör auf. Hör auf, Mann. Guck mal, den. Den lügt gar nicht. Den lügt überhaupt nichts. Ja, ich hab Angst, Leute. Ey, hört doch mal auf, Mann. Hallo. Hör auf. Hör mal auf, jetzt. Ihr habt Angst, ihr kleinen ***, ihr habt Smart Jaya da unten. Kleine ***. Dieser Ausblick ist klar, ihr seht nur Häuser. Häuser? Ja. Es regnet jetzt, meine Schwenke geht kaputt, obwohl es schon davor kaputt gegangen ist. Auf, Leute. Hey. Warte mal auf. Hallo. Ich will runter. Oh, der freut sich voll. Das gefällt dir. Wie cringe. Wie cringe. Du hast Angst. Das ist zu verschimmeln. Das kann jede Zeit kaputt gehen. Wallah, am Ende, wir fliegen hier echt. Chef. Stopp. Ich hab jetzt wirklich Angst. Am Ende geht es kaputt. Wallah, das ist aus Rost. Denk mal, Huda, das macht so. Und wir fliegen so. Das war schlimm. Wallah, ich wollte noch. Hör auf. Ich war nie wieder so ein Teil, Alter. Wallah. Wallah, wenn du diese Stadt läufst, musst du erst mal sagen. Ja, habt ihr gehört? Also wer über diese Stadt hier läuft, musst du erst mal Kazen fragen, ob der hier rein darf. Normal, Alech. Ach, du, Alech. Wenn du in die Straße läufst, pssst. Ey, du hast die... Wenn du Kazenbaba siehst, pssst. Falsche Bären haben, falsche Gras gegessen. Alle gestorben. Normale, Alech. Normale, Hochzeit. Pa, 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 alle getwittet. Wie? Kazenbaba. Okay, wir gehen jetzt auf ihn. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Deutschlandspiel. Wir sehen uns gleich. Nur mal. Oh, Montclair. Zeig mal, wo das ist. Ich hab's in die Sporthalle von einem Mädchen gerippt. Der trinkt Rasiklin unter den Arm. Du redest so groß, Alech. Du redest so viel. Ey, wir sehen uns gleich mal im Dürem-Syrum. No, Mann. Bruder, was trinkst du denn? Bruder, hast süchtig gemacht, macht diese Getränke. Ja, Mann. Was ist das? Coco-Syrum mit, ähm... Moloko. Moloko. Ich hab nix gemacht, ich höre. Ich hab gesagt. Ja, du hast alles gesagt. Deutschland hat Torkassiert. Die Bären. Deutschland wird gewinnen. Aber die haben Torkassiert. Aber es ist nicht zu Ende. Die Bären noch geben. Deutschland wird Türen geben. Türen? 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 No, Mann. Deutschland verliert. Türen? Türen? Deutschland, die haben bestimmt täuscht sich auf meine Mutter. Türen? 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 Leute sind. Sieht man das? Jetzt pass auf. Du machst hier den hier und hupst hier einmal so durch. Habt ihr gesehen? So, so. Man muss die hoch behalten und dann durchfahren. Guckt schon mal an alle mit. Deutschland! Ich hab's vermisst. Das ist eine Gasse, wo natürlich stille Post. Hier gibt's Ruhe. Aber wenn eine Fahrtkarte kommt, dann gibt's den hier. Hab ich überhaupt kein Problem damit. Durchzube. Hab ich kein Problem damit. So, pass auf. Machen wir demselben hier. Ich auch. Deutschland! Deutschland! Guck mal, ohne mich. Alles Gedeifung. Aber das wollen wir doch nicht. Hey Leute! Jetzt kommt der richtige Meister. Passt auf! Kolleginnen! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Musik Oh shit! Shit! Yeah! Wann hast du das letzte Mal eine Frau? Gestern. Er spricht sie an mit Komplimenten? Zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal eine Dame, ja? Jetzt sage ich, wie gut sie aussieht. Was sagst du? Dass sie schön gekleidet. Aha. Denn das ist auch die innere Erde. Ich suche auch keine, ich lasse sie finden. Leber für dich auf keinen Fall. Wisst ihr was? Auf jeden Fall. Du kommst nackig, du gehst nackig. Nicht so.